lilo zu cso weiter geht es aber schönes gesehen platini platini so ja genau reden wegschreien haben wir schon hier sehr schön links oder rechts ist ja die linie höflich her sagen mein gott aus der familie bau war noch ein rezept gefunden vorwärts müsste sein dass sie doch kürbis friziertes mit mais ok kürbis für magiker egal er da alles klauen ja 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 das ist der gleiche die menschmaske mit iron und die linie mit der wohnung gehörte hallo ja es ist natürlich schön euch wieder hat sie das ich brauche einige kühnes herz hellkröte und drachenschuppelze ich muss mich konzentrieren ja ich gehe schon mein gott da ist die unhöfliche frau jetzt nur das 3 kühnes herz hellkröte anscheinend gaspiert in zeiten wie diesen warum habt ihr das nicht habe ich doch gesagt ich sofort alt augenbisky live regerste fischlein ich hoffe dafür versetzen euch die wachen eine ordentliche tracht ein buch die lebenden güter sind betten frei geworden mein herr ist furchtbar krank und muss sich ausruhen die situation hat sich seit eurer letzten erkundigung nicht verändert ihr könnt gerne hier bleiben oder ihr geht in die nächste halle dort bekommt ihr eine warme mahlzeit und ein kaltes getränk ich muss jetzt fleisch geklauen können hier sind ja klauen nee 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 was ist nach hier oben ich kenne nur weißes fleisch dann haben wir hier nichts weiter dann bock ist das ja hier ist ein bisschen nicht drin alles klauen und will ich nicht ach ja mal wieder alte erinnerungen hoch ach ja die kindzeit ich muss hier an pinocchio denken wo zeichnet x serie aber auch schön einigen dreckenspilze ja machen wir da rein keine wache besser die das aus hat sie ja urskissen hier beistet ist ein eimer und das heile mittel ja nicht rüber springen ist echt blöd hier das ist ja wohl nicht eine tasche trommeln ist noch was nun top da habe ich unnütze dinge bei cloud aber egal kaut auf moos liegt an es sein verborgen im schlamm ja die weiß nie noch mal agonia die haben komische namen immer die agonia aber hier ein hallo aus der familie flan es fehlt noch sauer milch tee genau die lecker naja hier ist hier so zubereiten so sauer milch tee da haben wir noch schon eine schöne ticke na ach ja ticke schien hier ist gar nix ist ausgang aber die auch das das ist gar nix arme sauer hier da hast du deine komischen sachen zu wissen ja dann max höher einstellen gar nicht falsch ich jetzt dann ist es hier wohl die heilkräuter jetzt habe ich aber jetzt habe ich das dass das ja die linie habe geschafft ich bin der beste ich weiß unsere freundin hat sich gut geschlagen ich bin nicht sicher ob dies die solche heilen kann aber zumindest verzögert es ihren verlauf in ordnung das reicht die besuchszeit ist vorbei alle raus mein patient muss sich ausruhen ja mein gott und übliche leute sind das hier er verstehe ich weiß nicht wie ich euch danken soll ja ich freue mich dass der blocker wirkt er ist kein heilmittel aber er sollte mir die zeit verschaffen damit ich ein heilmittel gegen die solche finden kann wunderbare neuigkeiten wenn ich nicht angst hätte die solche zu verbreiten würde ich euch direkt auf den mund küssen ja mach ruhig die leidgeborenen sie tauchen logisch solche selbst entfernt achte unten jetzt haben wir schon mal das wieder ein weltboss im feldboss da mäßig immer da ist denn macht man das und dann gemounten sind feil da holz auge sind für sie ja auch schon viel funger sammelt was ich brauche weiß ich gar nicht aber ja nie gemacht schmuck selber hergestellt nie gemacht was haben wir hier für ein set jetzt haben wir eine schöne erkennt was genau ist hier eigentlich weiß ich gar nicht durch packt analysieren ja genau zwei sachen analysieren lassen und wenn man den stab werden dass sie mal ganz viel im inventar drin was schon mal analysieren sich mal was und jetzt autorisiert da ist nichts da ist was ob sie die analysiert irgendwas das ist wichtig analysieren hat man geht glaube ich nicht als hier drei und drei anerkannt werden noch da kann ich nicht analysieren mehr plätze bekomme ich erst mal nicht müsste ich doch aufwerten wieder nie gemacht hier als von 74 sind stopp nochmal natürlich noch mehr aus den uns ist klar war ein timon kobold jetzt können wir uns eigentlich schmuck herstellen jetzt natürlich erst mäßig egal erst mal überhaupt immer was herstellen da geht ja nicht bei geschockt maximal magiker ausdauer das stimmt schon mal her ich gehe bald nämlich erst wieder hoch das bleibt erst stehen 22 80 macht die müsste ich erst noch weiter aufwerten dann wäre die auch stärker aber das extra ausgemischte ich nicht hier alles noch weiter zinn sammeln dass ich mehr schmuck herstellen können was heißt einfach nur nebenbei sich so wichtig vielleicht braucht man das zinn genau dafür tschüss ist alles voll hier ich bin euch nichts finde ich dachte das schon wenn man so hoch wir brauchen es nicht auch mal auch nur für alchemie ja dieses entdeckt was hier ist noch ok leute hier schluss heute die guten leute in der nächsten folge ein schönes